skelett toter mensch nicht schön sie frage wie ich die fertigkeitspunkte vergebe achte fertig karten wie flammer denn kümmern wir uns erst mal um das grunden muster du hast keine mehr ok so 385 von 1000 habe ich schon wieder das heißt muss noch ein bisschen erfahrung sammeln und dann geht es wieder weiter kann ich wieder aufleveln sehr schön kann man hier nicht hoch ist ja bescheuert muss ich hier durch ja oh hey hey Ach, wie er sich freut. Super. So. Alles klar eingesammelt. Oh, wir sind ja schon fast am Ziel, ja. Gucken. Dass uns hier nichts überrascht. Oh, ein paar größere Einheiten. So, ja. Oh. Ach du Scheiße. Hier rein. Habe ich keine Munition mehr oder was? Na ja, das war noch ein bisschen Risiko von mir. Oh, ein kleiner hier. Mensch, kann man doch immer in Ruhe durchsuchen. Oh, Ressourcen. Okay, weiter. Hier irgendwas? Ne. Ein Einkaufswagen. Ist ja auch geil. Okay. Hauptziel erreicht. Ah, Medi-Kids. Sehr gut. Hm, hm, hm. So, hier können wir wieder speichern. Sehr gut. Spiel gespeichert. So, dann werten wir mal auf. Herstellen. Okay, da fehlt was. Das geht auch nicht. Okay. Reicht hier auch. So, nochmal speichern. Überprüfen wir mal die Karte. Okay. Okay. Okay, ich habe alles. Was ist der Status an dieser Faktorie? Colin? Können Sie mich hören? Colin! Oh, er antwortet nicht. Das ist nicht gut. Neuer Fertigkeitspunkt. Nutzen wir den noch gleich mal. Okay. Okay. Ja, das Schöne. Man muss hier nur stehen bleiben und warten, bis irgendwo was blinkt. Und dann weiß man, man kann es einsammeln. Super. Blinkt hier irgendwo noch was? Ja. Ja. Munition. Ja. Genau, die war letztes Mal, als ich schießen wollte, auch nicht geladen. Das war echt scheiße. Okay. Wir speichern aber nochmal. Jawohl. Ah, hier ist noch eine Munitionskiste. Fertigkeitsstufe ist zu niedrig. Okay, das macht mich ein bisschen traurig. Egal. Mal gucken. Wo geht's denn wieder raus? Ah, hier. Da, wo ich auch reingekommen bin. Laufen wir mal wieder zurück. Ich glaube, hier müsste noch irgendwo eine gepanzerte Spinne rumlaufen. Den Rest habe ich hier eigentlich schon erledigt. Vielleicht haben wir auch Glück und die sieht uns gar nicht oder wir begegnen ihr nicht. So. Schauen wir mal. Aber hier waren wir, glaube ich, richtig. Genau. Das Gebiet für deine Nebenziele schlagen, fehlt kein Spielzeugwerkzeug für Ryan's Gain-Hit Plasma-Lager. Okay. Was sollen wir machen? Wir bleiben erstmal beim Hauptziel. Und schauen dann weiter. Wo ist Colin? Colin, wo bist du? Kannst du mich hören? Be quiet. Ich folge diesen Mann. Ich habe immer Schiss, dass hier gleich der erste T-800 um die Ecke kommt. Weil die Jungs haben ein bisschen mehr drauf als diese blöden Spinnen. Ich habe immer Schiss, dass hier gleich der erste T-800 um die Ecke kommt. Okay. Dann müssen wir schon was einsammeln. Ah, da blinkt was. Ob wir hier noch was finden? Nein. Okay. Oh. Ich glaube, wir sollten unsere Brille mal wieder einsetzen. Oh, hier scheint nichts zu sein. Ne, ist auch nichts. Ist da was? Ist da was? Ne, auch nichts. Nein, siehung mit. Keine Gegnerinsicht. Und bin ich ja mal gespannt. Ah, Blutscheiße. Alter. Wer bist du denn, ey? Ja, super. Ja. Alter. Heftiger Scheiß, ey. Ich dachte, jetzt hat es mich zerlegt. Aber wie im Film hat man ja manchmal ein bisschen Glück. Na ja, Jacob ist erstmal ohnmächtig. Oh, ladenzeiten sind gar nicht schlecht. Aber für eine SSD sollte das auch so sein. Ich weiß nicht, aber nicht alle. Aber nicht alle. Colin ist tot. Und ein strangerer ich sah ist, ist da woher zu sein. Ich habe alles erzählt. Ich sagte, dass es nicht sicher ist, dass sie mit mir sein können. Aber Jennifer hat gesagt, dass jetzt, dass es nicht sicher ist, dass wir uns nicht sicher sind. So wir könnten uns zusammenhalten. Jeder hat sich durchgeführt, als wir uns vorbereitet haben. Aber nichts passiert. Ah, der Kleine ist auch noch. Nicht so lange. Ich weiß, dass du heute zu diesem Krankenhaus gehst. Also, ich ging auf meine erste Beobachtung. Und ich habe etwas für dich gefunden. Danke. Du bist willkommen. Warst du mit deiner Freundin? Nein. Sobald Erin gehört, dass es ein Krankenhaus nahe ist, hat sie gefragt, Jennifer zu gehen, um eine Medizin zu suchen. Also, ich ging alleine. Aber nicht sagen sie das. Okay? Sie ist bereits im Krankenhaus. Ja. Oh, und Ryan wollte dich mit dir sprechen. Eine Kugel. Ja, es macht doch nichts. Äh, trotzdem niedlich. So. Aber die I-Taste finden wir mal nicht. So Fertigkeiten. Jetzt haben wir wieder alle vergeben. Ha. Ich habe das alles gelernt vor der Krieg. Und dank des Verwaltungsdienstes, habe ich nicht sogar meinen Studenten Geld verdienen. Und schöne Musik im Hintergrund. Schön düster. Oh, Metall. Werkbank. hier kann man handeln will noch nicht handeln ich sammle lieber erstmal morgens patrick kam zu mir earlier asking if i thought you'd like his present when i saw that it was a single bullet i wasn't sure if he was being helpful or if it was a warning i figured he didn't appreciate you looking at his sister like that not great we barely have any medicine left but hopefully jennifer will bring back some antibiotics from that hospital how do you feel about collins death what do you want me to tell you that i feel guilty that i care right now i'm a little more concerned with the living than the dead what do you think you could help more people by joining the resistance honey maybe ask me that question when you finally find them because for now i don't think they even exist okay do you need help with anything no i'm fine i had to learn to do things by myself for quite a while now tell me what did you really want to ask me how did you know about the annihilation mind heard the rumors like everyone else and then like everyone else i decided to ignore them i was in the middle of operating when i had finished i realized that we were surrounded the machines killed most of us but they decided to keep me alive um nicht schön boah übel in stücke geschnitten scheißmaschinen okay hat er noch was zu sagen ne hey you're off again i'll see you later i'm gonna stay here and help aaron okay sprich mit ryan sehr geil mal gucken was ryan zu sagen hat good to see you finally turn the corner i wanted to talk to you i'm starting to get worried about jennifer it's been a while since she left and at my age i try to worry as little as possible if you see her out there send her back okay how's that bus coming along i'll make a run again don't worry about it besides a couple rustic rotors got a whole lot of character question is where do we go from here okay then so far as much jennifer would i say das ist ja miss dass sich verschwunden ist medizinischer bezirk suche jennifer ja dann machen wir das doch mal ne da ist ja schon das ging aber fix ne ist aber nur nicht weit gekommen ja dann Kind of my day.